Hallöchen, Freunde! Servus! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, ähm... Wir haben in der letzten Folge versucht, Dawkins zu killen. Hat leider nicht geklappt. Er ist uns mal wieder entwischt. Ähm... Warum steht da ein Typ? Hau ich den nicht umgehauen? Hauen wir den jetzt mal eben um. So, nimm das. BAM! BAM! Das ist Krache! Er hängt bestimmt mit Dawkins unter einer Decke. Okidoki. Was ist jetzt der Plan? Warum liegt hier Zeugs? Habe ich das nicht eingesammelt? Kann ich da auch noch was? Jawohl, ein Symbol von Color. Yes! So... Warum steht hier einer? Alle von Dawkins geschickt. Wetten? Und vernünftig. Ah, zwei Händler. Wird glaube ich nix mehr. In meinem... In meinem Leben hätte ich jetzt schon fast gesagt. Frage ist, was müssen wir jetzt überhaupt machen? Widrigkeiten. Kassandra fühlt sich unantastbar. Vielleicht kann ich diese kalte Un... Überheblichkeit zu meinem Vorteil nutzen. Und finde so Kassandras wunden Punkt. Es gibt noch vieles aus dem Weg zu räumen, bis ich... Alles klar. Ja, was muss ich... Wie muss ich... Was muss ich? Throni, helfen wir weiter. Verschaffen wir uns einen Überblick über unsere Aufgaben, die vor uns liegen. Stand by. Wir haben alle Widrigkeiten aus dem Weg geräumt, die uns daran hindern könnten, in Marakor einzumarschieren. Die sechste Macht wird jetzt tun, wozu sie gegründet wurde. Ich werde mit Tiaik die Angriffspläne auf Marakor durchgehen. Wir werden das Land von den Eindringlingen befreien. Ja, aber was dann? Wir haben immer noch keinen Plan, wie wir die künstliche Intelligenz des Hauptformers dazu bringen, uns die Pforte zu öffnen. Wahrscheinlichkeit, dass Kassandra kooperieren wird, liegt bei null Prozent. Ja, Kleiner, ihr Maschinen macht ja keine halben Sachen. Was eure Willenskraft angeht, kann euch niemand das Wasser reichen. Analysieren. Ich weiß auch noch nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Lass uns erst einmal die anderen Dinge erledigen. Den Rest überlege ich mir unterwegs. Positiv. Okay. Dann würde ich mal sagen, Leute, auf zur sechsten Nacht. Äh... Ne, Lok nicht. Doch, Lok. Lok. Dann müssen wir einmal mit Tiaik reden. Es... Leute, es geht ins Finale. Ich bin irgendwie ein bisschen... ...aufgeregt. Ich bin mal gespannt, wie die das Finale hingekriegt haben. Haben wir ja schon ein paar Stündchen drin investiert. Ich bin... ...gespannt. Vor allem... ... vor Ort ist mit Dawkins. Der alten Ratte. ... ... ... ... ... Ich habe News. Ich weiß was. Cowabunga. Juhu. So. So, jetzt gilt es. Lass uns die Streitkräfte der 6. Macht bündeln und in MaraCore einmarschieren. Jetzt gilt es. Lass uns die Streitkräfte der 6. Macht bündeln und in MaraCore einmarschieren. Ja, es wird Zeit. Es erreichten mich gerade Berichte über Truppenbewegungen der Skyens in MaraCore. Direkt in der Mitte von MaraCore wartet ein Prinzipal mit seiner Kampftruppe auf den Marschbefehl aus dem Hauptformer. Ein weiterer steht in dem zerfallenen Firmenkomplex im Westen des Landes. Dann noch eine Menge Skyens in einem von Scyaniden verseuchten Gebiet direkt im vorderen Bereich von MaraCore. Berichten zufolge steht da auch noch eine zweite Gruppe direkt im unbewohnbaren Gebiet dahinter. Okay. Und natürlich schon direkt am Eingang zum Pass, der in dieses verfluchte Land MaraCore führt. Sie stehen alle kurz davor, mit ihrem Hauptheer in unsere Länder einzufallen. Wenn wir jetzt nicht handeln, kann es schon bald zu spät sein. Wie sieht der Plan aus? Unsere Streitkräfte kümmern sich um die Kuratoren und Hetzer des Skyens. Du und deine Waffengefährten würden unserer Sache am meisten dienen, wenn ihr euch vornehmlich um ihre Anführer kümmert und all das wegmacht, was wir übrig lassen. Worauf warten wir denn noch? Wir sind bereit und werden umgehend losmarschieren. Sehr gut. Beenden wir diese Invasion. Abmarsch! Oh, geil! Okay. Geil, ich bin gehypt. Bin gespannt. Was macht er denn da? Wieso kommt er zurückgelaufen? Das ist auch ein Jaust. War komisch, wir hatten als Begleiter... Oder ich hab zumindest keinen Kleriker gefunden, abgesehen von Falk. Ja gut, und Nyra hatten wir von den Alps, ne? Ja gut, okay, ja doch. Outlaw hatten wir, äh, Dingens. Kommen wir jetzt nicht auf den Namen? Bulli? Berserker, Kaya. Ja gut, hatten wir doch von jedem Alps. Wo bin ich? Wie, das war's? Wie, die haben mich einfach hier stehen gelassen, oder was? Äh, okay. Äh. Sind ich einfach ohne mich abmarschiert? Wie frech. Was soll denn das? Ich bin der Anführer, und die lassen mich einfach hier hinten hocken, oder was? Aber ich geh erstmal hier in die Basis gucken. Unser Jaust ist auch hier zurückmarschiert. Aber die chillen hier noch, die beiden? Okay. Hä? Warum lassen die mich einfach hier? Ja gut, dann, äh, könnte es ja nicht so wichtig sein, ne? Und die ohne den Anführer losmarschieren. Wir können ja nochmal ganz entspannt bei den Schwertern gucken. Vielleicht kann ich mir ja noch ein nettes Schmieden. Höhe. Höhe. Alle Gemeinschaften und einsame Kämpfer. Ich grüße euch aus dem Herzen Magalans. Naja. Vergesst nicht, wozu das Elex fähig ist. Und was es aus unserem... Einhandwaffe. Flipsschaden. Ah, guck mal, das kostet 6.000, das Ding. Und ist man noch schwerer. Das war Robert aus dem Orbit. Ist mir zu teuer, sorry. Ich bin pleite und hab kein Geld. Herr wird aus dem Orbit. Äh, gucken wir nochmal ganz entspannt, äh... Hier, Dax. Dax. Vater. Mein Junge, was machst du hier? Solltest du nicht... Ich muss mit dir sprechen. Ich habe schon wieder diese Stimme der Geister gehört. Was zum... Wovon sprichst du? Ich war doch in Tava, in der Nähe des Formers Epsilara, wie du weißt. Und da habe ich diese merkwürdige Präsenz vernommen. Ich habe dir doch davon erzählt. Ja, ich erinnere mich. Du sagtest, dass da irgendwas sei, aber... Das war doch nur... Es ist wieder da. Aber dieses Mal kommt es von woanders her. Sie sind wie Geister, die sprechen. Ich höre ihre Stimmen. Na gut. Du hörst Stimmen und... Was erwartest du jetzt von mir? Ich muss dorthin. Wir müssen dorthin. Okay. Na schön. Könnte ich vorher noch den Grund erfahren? Ich weiß, das hört sich jetzt etwas verrückt an, aber... Ich glaub dir ja, du bist Kajas und mein Sohn. Und was das bedeutet, können wir ja noch gar nicht abschätzen. Außerdem sind in letzter Zeit so viele verrückte Dinge passiert, da überrascht mich gar nichts mehr. Aber ich habe unheimlich viele Dinge zu erledigen, mein Sohn. Ich weiß, aber ich glaube, es ist wichtig. Was sagen diese Stimmen denn? Wovon sprechen sie? Es sind immer nur Bruchstücke. Nie ganze Sätze, aber... Sie sagen so Dinge wie... Analysiere, Marschbefehl, Truppenbewegung oder Sensorenreichweite, Algorithmus oder Kontrolleinheit Null. Warte mal. Hast du gerade Kontrolleinheit Null gesagt? Das ist die Kennung von Kassandra. Dem Zentralrechner des Hauptformers in Maracor. Ja, ist halt so ein Zeug, was deine Drohne immer von sich gibt. Du willst mir damit sagen, du kannst hören, wie die Zentralrechner der Former miteinander kommunizieren? Ich weiß nicht genau, aber ja, es scheint eine Art Kommunikation zu sein. Das ist noch nicht alles. Ich kann hören, woher eine Stimme kommt und ich kann auch hören, in welche Richtung sie spricht. Okay. Die letzten Tage zum Beispiel hörte ich immer wieder eine dieser Stimmen ganz oben aus dem Norden. Und sie sprach in Richtung einer dieser großen Former in Ignadon. Auch ganz oben im Norden. Du meinst also, Kassandra versucht Kontakt zu Alphara aufzunehmen? Was genau hast du denn vor? Ich sag es nicht gern, weil es für dich gefährlich sein wird, aber ich denke, du kannst von großem Nutzen für mich sein. Du meinst also, Kassandra versucht Kontakt zu Alphara aufzunehmen? Ähm. Das würde Sinn ergeben, laut deiner Beschreibung. Vielleicht. Okay, was genau hast du denn vor? Was genau hast du denn vor? Ich will nicht ganz in den Norden, aber ich will mir den Former ansehen, an den sich die Stimme richtet. Ich verspreche mir davon, dass ich sie dann besser verstehe. Ich sage es nicht gern, weil es für dich gefährlich sein wird, aber ich denke, du kannst von großem Nutzen für mich sein. Wirklich? Wenn du den Datenverkehr wirklich abhören kannst, dann können wir ihm vielleicht unbemerkt ein paar wichtige Geheimnisse entlocken. Das könnte kriegsentscheidend sein. Ich werde mein Bestes geben. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ich hab da was für dich. Die Alps sind zwar ziemlich steif, aber dafür haben sie echt Ahnung von Technik. Wenn man sie so betrachtet, ist es schon seltsam, dass sie damals den Krieg gegen die freien Menschen verloren haben. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Hier, für dich. Das habe ich bei ihnen mitgehen lassen. Kannst du bestimmt gut gebrauchen. Ähm, ja, klar. Danke. Du willst also in den Former, Alphara? Also gut, ich werde dich dorthin begleiten, auch wenn es riskant ist. Wenn es stimmt, dass du die künstliche Intelligenz Kassandra abhören kannst, könnte uns das immens helfen. Großartig! Dann machen wir uns sofort auf den Weg, ja? Du wirst tun, was ich dir sage und nichts machen, was wir nicht vorher miteinander besprochen haben. Okay? Ja, Vater. Wann geht es los? Ich kann es kaum erwarten. Ich würde sagen, du gehst mit Aska schon einmal vor in das Umland von Alphara und ihr wartet dort auf mich. Vielen Dank, Vater. Ich bin mir sicher, dass sich das Risiko lohnen wird. Das hoffe ich. Bis später. Oh ja. Okay, dann machen wir erstmal die... Oh mein Gott. Ich schaue in die Landesmitte. Firmenkomplex, Däuberung. Ingriff auf Unbewohnte. Okay. Aber das sind doch... Wo ist denn jetzt die Mission? Mit dem... Elix-Fraktion? 1, 2, 3, 4, 5... Das ist doch nur... Ah, Dex. Alles klar. Okidoki. Ähm... Labortisch. Rezept mittlerer Elix-Trank. Ähm... Zwei Attributspunkte. Einen bräuchten wir noch. Äh, zwei. Zwei. Ähm... Mittlerer Elix-Trank. Müssten die sein, ne? Attributspunkte. Ja, würde ja passen. Okay. So. Äh, dann machen wir einmal hier, äh... Saufi, Saufi. Bumm. Bumm. Jetzt haben wir 70. Und jetzt können wir... Nochmal zum Finale im... Äh... Nochmal zwei Punkte in, äh... Magie investieren. Dass wir mehr Damage machen. Das wäre, glaube ich, ganz, äh... Gut. Gut. So. Die warten ja eh alle auf mich mit der... Auf mich mit der Schlacht. Also von daher kann ich mir ruhig noch einen Moment Zeit lassen. Finde ich gut. Okay, ähm... Der hier, ne? Machen wir den einmal. Ja, guck mal. Magie 85. Und den machen wir einfach nochmal. Geht nicht? Oh, keine Kohle. Okay. Kriegen wir hin. Die paar Talas kriege ich noch zusammengekratzt. Finde ich gut, dass ihr alle so entspannt seid hier, während ich in die Schlacht ziehe. Aber, hey, zeig mir deine Rö... Äh... Verkaufen. Wo haben denn meine Trophäen? Och, mehr... Nicht mehr viel. So... Verkaufen wir mal alles. Die auch. Die auch. Vier Autos. So. Äh... Danke. Jetzt geht's in die finale Schlacht, Leute. So. Darf ich nochmal, äh... Oh, sorry. So. Boom. Jetzt machen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Magie-Schaden. Und dann würde ich sagen, können wir uns nochmal das Gelaber von unserem Jaust anhören. Wo geh ich denn am besten mal hin? Ach komm, scheiß drauf hier zum Depot. Dann laufen wir eben die paar Meter. Ist ja auch scheißegal. Die paar Meter können wir auch noch laufen und ein paar Typen noch killen hier. Frage ist jetzt halt nur, ich glaube nicht, dass ich jetzt noch ein paar Punkte in irgendwas investieren werde. Ich glaube, wir sind jetzt kurz vorm Finale. Ich bin mega gehypt gerade. Bin gespannt, wie es ablaufen wird. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Leute, ich bin voll drei. Geil. Dü, 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 dü. Geilo. Moin, Alter. Ein glatzköpfiges Kind. Geil. So viele Stunden hier rein investiert und endlich haben wir es geschafft. Voll geil. Und Hauptsache, meine ganzen Verbündeten lassen mich einfach erstmal zu Hause rumsitzen. Und gönnen sich den ganzen Spaß für mich alleine. Weißt du, ich mache die ganze Arbeit und die chillen einfach nur da in der Basis rum. Lassen mich die ganze Kack Arbeit machen. Laufen wir ein bisschen hinterher. Toll. Tolle Freunde. Tolle Freunde. Wo sind die ganzen Gegner hier? Da ist ein Wolf. Das ist ja auch der im Training hier. Oh. Alter. Was soll das? Das ist für mich zugenebelt hier mit deinem komischen Frostgedöns. Okay. Oh. Noch einer. So. Wir haben das jetzt für den Riechen. Ich hätte mich vorher noch mal schlafen legen sollen, ne? Scheiß drauf. Wir machen die sowieso alle kalt. Was haben wir denn hier noch Schönes? Na, ach, 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 ach. Sport, okay. Was? Oh, okay. Da knurrt einer. Da hat bestimmt einer Hunger. Hä? Muss ich hin? So. Hier hin? Aha. Er macht immer noch seine Armschwinger hier. Vater, da bist du ja. Vater! Es ist, wie ich es sagte. Die Geisterstimme aus Marakos schon viel lauter hier draußen. Kannst du Cassandra jetzt besser verstehen? Schon, aber ich verstehe nur jedes fünfte Wort. Wäre besser, wenn wir direkt in den Richtstrahl der Stimme gehen würden. Na gut, das heißt, wir müssen da rein. In den Vormann ist es leider sehr ungemütlich. Also halte ich immer in meiner Nähe auf. Das mache ich. Lass uns keine Zeit mehr verschwenden, damit wir hier schnell wieder wegkommen. Ich klebe an dir dran wie eine Klette. Junge, hast du nicht langsam Tennisarm, Alter? Okay, nicht lang schnacken. Kommt der mit? Wieso kommt der nicht mit? Ich kann auch nicht ganz genau bestimmen, wohin die Stimme von Cassandra gerichtet ist. Aber ich werde es versuchen. Okay, er kommt nicht mit. Er chillt da rum. Gehe aber nicht so nah an mich ran, wenn ich einen Feuersturm mache. Wie soll das jetzt hier funktionieren? Ich fange dich einfach auf, okay? Oh, er hat auch einen Jetpack. Okay. Okay, hier haben wir den noch aktiviert. Hier, Alfara. Warum kommt Askar nicht mit? Komm schon, komm her. Was ist er? Hier ist so vier Dinge hier. Okay, haut wieder ab. Kann ich ja mal in Ruhe eben einen Manna-Tank saufen. Manna? Komm runter! Arschloch! Ja, gut, dann muss ich halt wieder ab. Deck mich am Arsch! Deck, ich benutze deine übermenschlichen Fähigkeiten. Oh ja, das war ein Krieger. Er lebt rein, dass ich mich. Weiter. So. Oh, der Krieg am Arsch! Wir sollten uns erst einmal Gruppeneid-Fahrer umsehen. Ich werde schon merken, wenn wir uns der besten Stelle nähern. Oh, was muss das sein? Das ist wahrscheinlich direkt, äh, wunderschön. Crap. Voll nicht aufs Leben geguckt. Oh, diese Scheiß-Fliegedinger da, ey. Die sind sowas von scheiße nervig. Wir machen das jetzt anders. Ich weiß nicht, warum, aber diese fliegenden Viecher, die hab ich gefressen. Sorry, ey, aber... So, ey. Da hinten war noch einer, ne? Boah, hier sind noch voll viele. Boah, guck mal hier. So, ey. Oh, shit. Der ist ja. Quatsch, Attacke. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, my God. Oh, my God. Man! Wie peinlich. So, nochmal. So. Was ist denn jetzt, äh... Nummer 4. Ich hab 5 gedrückt. So. Jetzt machen wir gleich einmal Nummer 4. Und dann sind die meisten auch schon weg vom Fenster. So, kommt mal alle mit. Ich hab da was für euch hier hinten beim Beomo. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, hier ist ja noch einer. Wo kommt die denn weg? So. Dex, wo bist du? Ich habe hier schon ein bisschen aufgeräumt, Dex. Aber ich glaube, er kommt so langsam angelaufen. Oder? Okay, er steht da vorne. Habe ich dich nicht erwischt oder was? Was passiert? Ja, ich hoffe, dir schmeckt es. Noch einer. Wir sollten uns erst einmal grob in Alfara umsehen. Ich werde schon merken, wenn wir uns der besten Stelle nähern. Ich dachte, wir sind schon da. Wahrscheinlich direkt davor an dem Strahl. Oder rein am besten. Ja, ja, komm her. Zu diesem fetten Strahl muss ich bestimmt rein. Ich hoffe, er tut weh. Oh, der tat mir weh. Frische, nervös werden. Warum? Für mich wird es am meisten Sinn ergeben, wenn Cassandra versucht, mit der Zentralrechnerzelle zu kommunizieren. Und das auch noch ohne Begleiter. Das ist richtig nervig. Ich muss hier, Kameras. Ich muss hier zum Beispiel. Nein, 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 nein... Fick dich! Das war... ...nicht...nicht... So, das war doch ein guter Move. Und so ne Mann, was hältst du von dem Ding hier? Soll die ganze Welt so aussehen, oder...? Oder meinst du eher nicht so? Ist nicht so deins? Ja, komm her! Na, das tut weh, wa? Und mit deinen Freunden auch alle! So. Den hauen wir auch noch um. Vor der mich irgendwie hinterher rennt. Schau, dass ich dich nicht interessieren kann. So. Oh, so ne fette Kanone. Hm... Ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch die Forschungszelle sein. Oh... Oh... Oh, ich bin dabei! Noch nie mehr der Jüngste, mein Freund, ne? Fick dich! Ich dachte, den Schuppelt. Wollt er eins? Warum auch nicht? Eine legendäre Waffe hier. Oh, warte mal. Ein Tranky? Oh, da kommen ja mal ein paar von's frissen, glaube ich. So. Schnellspeicher haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. So. So. Ein Schläger. Nicht schlecht. Oh. Ein Elixit. Ein Elixit. Okay. Wo müssen wir hin? Da geht's nicht weiter. Ich hab vergessen, von wo ich komme. Ich lass hier gar nicht hin gelangen. Keine Ahnung. Was ist mit dir denn los? Wie läufst du? Und ich zeig dir erstmal, wie man richtig läuft. So, nimm das. Schopper Gars. Bösewicht. Oh, Wannertal. Geil. Oh, Halt rein. Geil. Oh, Sperr. Noch ein Sperr. Und noch ein Sperr. Und eine beschädigte Sphärenklinge. Ne, Sphärenschnitter. Entschuldigung. Da hab ich einen vergessen zu bündern. Was? Wie wird das denn passieren? Warte mal. Hier muss ich hin. In den Nachbarraum da. Okay, Freunde. Ich würde hier auch mal ein Folgenpäuschen machen. Wir sind auf dem Weg ins Finale, Freunde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.